Jeder Mensch produziert Daten, bei der Geburt, wenn wir kommunizieren oder zum Beispiel im Internet einkaufen. Um diese Daten zu schützen, hat das Europaparlament eine neue Datenschutz-Grundverordnung beschlossen, genannt DSGVO. Klingt ziemlich kompliziert. Worauf müssen Unternehmen jetzt achten? Das Erste, was Unternehmen dringend brauchen, ist ein Verzeichnis, in dem alles drinsteht, was an personenbezogenen Daten so gespeichert wird, zum Beispiel von Kunden oder Mitarbeitern. Haben Sie außerdem gecheckt, ob Sie die Daten, die Sie sammeln, überhaupt sammeln dürfen? Benötigen Sie noch eine Einwilligung? Dann aber schnell. Informieren Sie Kunden und Betroffene auf jeden Fall, wenn Sie deren Daten verarbeiten. Und zwar nicht im Kleingedruckten, sondern klar und verständlich. Wenn nicht Sie selbst, sondern andere Unternehmen in Ihrem Auftrag Daten erheben, checken Sie jetzt die Verträge. Sind die Daten, die Sie von Kunden speichern, besonders brisant? Wenn ja, müssen Sie jetzt die Risiken abschätzen. Und wenn doch mal etwas schief geht und Daten in falsche Hände geraten, dann müssen Sie den Verstoß den Behörden melden. Aber selbst wenn nichts schief geht, gilt, dokumentieren Sie immer alles, was Sie an personenbezogenen Daten speichern. Und wenn Sie all das beachten, dann brauchen Sie vor der neuen Datenschutz-Grundverordnung keine Angst zu haben. Und wenn Sie das beachten, dann können Sie das beachten, dann können Sie nicht mehr. Und wenn Sie das beachten, dann müssen Sie den Verstoß-Grundverordnung etwas schief.